Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der Vorstellung von die perfekte Expertenbuchmethode, also unser neues Buch. Ja, ich möchte einfach darauf hinweisen, es ist die dritte Folge einer Serie. Ich habe dir das Buch vorgestellt in drei Folgen. In der ersten Folge, wie bei einer Villa, du baust erst das Fundament, bereitest das Ganze vor, dann sozusagen das Starbuch-System, also wie schreibst du ein Buch. Zweite Folge, wie schreibst du dieses Buch, damit es genau diesen Effekt hat, den du möchtest, wie vermarktest du es und wie führst du es durch, dass du dann eben auch die perfekten Kunden in deine Programme bekommst, damit du ihr Leben transformieren kannst und für dich natürlich auch die Ernte einfährst, der ganzen Bemühungen. Und das Ergebnis jetzt in der dritten Folge, das Ergebnis ist letztlich, dass du alle Freiheiten gewinnst. Und da möchte ich jetzt zunächst beginnen mit einer kleinen Lesung einer Textstelle aus dem neunten Kapitel. Kapitel 9. Nutze die gewonnene Freiheit auf allen Ebenen, kreiere ein Traumleben und gib der Welt etwas zurück. Immer wieder werden wir gefragt, was unser wichtigster Wert ist. Das ist eindeutig Freiheit. Wir lieben es, alle Freiheiten zu haben. Nichts muss, alles kann. Geld betrachten wir als Mittel zum Zweck. Nochmal, Geld betrachten wir als Mittel zum Zweck. Es ist ein wunderbares Mittel. Aber das Ziel ist Freiheit. Konkret Freiheit auf allen Ebenen. Wenn du das großartige Starbuch-System richtig einsetzt, gib dir dein Star-Business, nämlich Freiheiten auf allen Ebenen. Zunächst erklären wir dir, welche Freiheiten es sind und wie du sie bestmöglich nutzt zum Wohle aller. Ja, diese kleine Einstellung. Jetzt würde es weitergehen. Nutze deine Freiheiten als Unternehmer. Später kommt dann eben Gewinne finanzielle Freiheit und dann kommt eben auch die dritte lange spirituelle Freiheit und wäre ein Vorbild für viele Menschen. Ja, das gibt es im Kapitel 9. Und da möchte ich einfach drauf aufsetzen. Uns ist eines wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass Mangeldenken für diese Welt nicht gut ist. Also niemand, der im Mangel ist, ist für diese Welt ein Geschenk. Das ist eine wichtige These. Das bedeutet, wenn du diesen Weg gehst, der in diesem Buch beschrieben ist und sozusagen dein Mangeldenken heilst und ich bin jetzt ehrlich, ich hatte früher auch Mangeldenken. Es ist gut, kein Mangeldenken mehr zu haben. In der Fülle zu sein, innerlich und äußerlich und damit in der Lage zu sein, sozusagen spirituell betrachtet, machst du die Welt zu einem besseren Ort, dadurch, dass du aus dem Mangel rausgehst. Noch viel mehr, dadurch, dass du ein Vorbild wirst für sozusagen deine Zielgruppe, animierst du diese Leute nachher auch, dass die aus dem Mangel rausgehen. Dann wird die Welt nochmal zu einem besseren Ort. Wenn du sozusagen das spirituelle siehst, jetzt kommt das Finanzielle dazu. Du gewinnst finanzielle Freiheit. Du wirst auf jeden Fall deine finanzielle Situation dramatisch verbessern durch diesen Ansatz. Ja, und das gibt dir sozusagen die Freiheit der Welt, etwas zurückzugeben. Zum Beispiel mit einer Stiftung. In unserem Fall mit der Kinderglücksstiftung. Ein Euro von jedem Buch, fünf Euro von jedem Seminartikel, das wir machen, gehen direkt in diese Stiftung und weitere Dinge. Ja, und so können wir eben, das ist uns wichtig, dass wir unseren Kunden lehren, diese spirituellen Gesetze. Im Kapitel 8 geht es darum, wie kannst du die spirituellen Gesetze nutzen, um zum Erfolg förmlich zu fliegen? Ja, also wie erreichst du das, was wir im Buch beschreiben, auf leichte Weise? So, und im Kapitel 9 geht es darum, sozusagen, ja, was bringt dir das unternehmerisch betrachtet? Nämlich, dass du den Lesern des Buches, ja, mit denen bist du ja verbunden, auf diverse Kanäle, zum Beispiel über E-Mail, ja, kannst du jederzeit eine neue Idee ihnen anbieten, die du entwickelst. Das ist ein Geschenk. Du hast quasi sowas wie eine ewige Rente, weil das baust du dir eben durch das Buch auf und so hast du enorme unternehmerische Freiheit, immer wieder neue Ideen zu machen und leicht an Mann oder Frau zu bringen. Dann haben wir die finanzielle Freiheit, viele reden davon, aber wissen überhaupt nicht, wie das geht als Coach oder Berater. Und wir erklären dir das im Buch, ja, ist halt so, ja, also 99%, was du so immer liest, kommen in die finanzielle Freiheit, die Leute haben das persönlich nicht und sie wissen auch nicht genau, was das bedeutet. Und selbst wenn sie es wissen, haben sie es nicht. Und das rate ich dir sowieso, gehe immer nur zu jemand, der das hat, wovon er spricht. Ich glaube, es ist klar, warum, weil dann hat die Person auch die Erfahrung, dich dorthin zu bringen. Ja, in unserem Fall hast du diese Sicherheit eben. Gut, und die spirituelle Freiheit ist, aus dem Mangel rauszugehen, in die Fülle zu gehen und den Zehnten zu spenden. Vielleicht kennst du diese berühmte Textstelle, den Zehnten spenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist letztlich eine Art Mindset-Training in dieser Bibel. Ja, das heißt, dass du von Fülle innerlich ausgehst und dir zutraust, dass es du leisten kannst, der Welt etwas zurückzugeben. Ja, und ich sage es ganz offen, früher hatte ich so Angst, was zu spenden, weil ich Angst hatte, dass ich mir das gar nicht leisten kann. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich bin davon überzeugt, dass manche von euch auch solche Ängste haben. Und das ist Mangeldenken. Und das gilt es zu überwinden. Ich bin mir sicher, wenn du das Buch liest, hast du eine Chance, da viel weiter zu kommen. Wenn du schlussendlich in unser Programm kommst, dann wirst du das überwinden. Das ist ganz klar. Und dann bist du ein Vorbild für andere, die eben auch in der Fülle sind und nicht im Mangel. Und dann bist du stärker und Segen für diese Welt und kannst die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist genau das, was wir bewirken wollen. Ja, unser Buch hat auch dieses Ziel. Dazu wollen wir dich inspirieren als Coach und Berater. Wir glauben, dass du ein viel größeres Geschenk an die Welt bist, wenn du jegliches Mangeldenken und jeglichen Mangel in deinem Leben überwindest. und deswegen haben wir auch dieses Kapitel 9 gemacht. Also, jetzt weißt du, ist ein tolles Buch, du solltest es dir besorgen. Unterhalb vom Video findest du bestimmt oder Podcast findest du bestimmt einen Link, der dich da hinbringt. Ja, ist eine wunderschöne Landingpage, hol dir das Buch, ich sag's dir gleich, die erste Auflage wird schnell vergriffen sein. Klar, wir werden dann eine zweite Auflage bringen, ist auch klar, aber wenn du sicher sein willst, jetzt dein Buch zu kriegen, geh gleich auf diese Seite, klick da drauf und hol es dir. Ich bin sicher, dass mir es gelungen ist, in dieser Folge dich ein Stück weit anzuzünden von dieser Philosophie, die uns so weit gebracht hat und ich bin überzeugt, dass du auch viel mehr erreichen kannst in deinem Leben, viel mehr Menschen helfen kannst und ja, deswegen hol dir jetzt gleich das Buch. Bis bald, dein Christian. das Buch. Wie ist der Sauber? Wie ist der Sauber? Wie ist der Sauber? Wenn du auch ein bisschen wie ist der Sauber? Das ist der Sauber?